hey leute und willkommen zu einer folge arc survival evolved mit mir evolved sag ich jetzt schon traurig mit mir dem torben und dem toby wir haben hier gerade ein leute das war gerade ziemlich actionreich da ist hinten ist ein kanu den wir eigentlich sehen wollten und jetzt ist uns hier noch ein raptor zwischen gelaufen haben wir auch okay kommt wohl wir rennen hinterher wir müssen okay hat mich kann wo ist er jetzt hat er gar nicht jungen doch der hatte mich gerade hat mich gerade richtig angestarrt wie bist du hochgekommen einfach hochgesprungen okay ja ich bin ich bin stark egal ich bau gleich den stein ab lockt immer hierher ich bin hier drin so dass du mich glaube ich nein der schwimmt rüber okay ich muss mich hier eben rausbauen toby wo leute das ging gerade richtig actionreich los wir wollten gerade natürlich die aufnahme anfangen ein bisschen holz fahren der ist weg nein den klima noch ich habe aber nur neun narkotiks nach wir müssen dann noch einmal zurück ja ist ja kein problem die bleiben erst mal ne guck mal wo der hinrennt ist schon wo ist denn der ja da drüben nein der kommt doch wieder guck der kommt das könnte hier ein bisschen problematisch ich würde den nicht so ins wasser locken nee das könnte hier auch ein bisschen problematisch sein der schuld ja ich glaube er hat nicht aber der braucht lange toby geh hoch geh hoch wo ist er jetzt oh ja er kommt er kommt oh gott gleich wird er wieder schnell und ich erst mal ins wasser springen gut haben und oben ja ich bin da ja ich habe ihn im sprung getroffen dann oder du ja lol alter richtig übersteuert aber okay dass er der ist perfekt da oben okay toby rennst du zurück und holst narkobarys das klappt nicht die entfernung ist zu weit ach ja okay dann hast du dem raptor was gegeben wo ist der raptor 4 warte dem drücke ich mal eben schnell zwei rein was ach das raptor ich bin ein stein zu weit leute sind ja perfekt perfekt zum zähmen hier okay dann ja den müssen wir eh aushungern lassen toby ja ja aber junge der bronte dieser ekel der bronte riecht mich gerade schon so nah dran den wieder anzugreifen so ja dann wird er alle kaputt machen so komm schnell schwimmen rüber ja entschuldigung wir müssen nach hause wo leute ich kann nicht mehr das ging das ging gut los hier sind aber noch die zwei rex denkt dran ja genau da hinten sind noch zwei rex haben wir gerade gesehen als ich habe ein bisschen was mitgenommen ja ich brauche eigentlich was aber ist jetzt egal ich nehme gleich nein ich nehme gleich bären jetzt kommt ja deswegen kommt ja ich dachte wollte ich mir fleisch geben ich habe neun stück noch gebe ich gleich dabei ist sehr gut leute so bin ich geflogen wir hatten eigentlich schon vor einen t-rex anzulocken aber dass da hätten wir mit unseren werden wir mit unseren steuern nicht hingekommen hätten wir erst narkotik feide gebraucht ja und dann ja mit sicherheit die haben richtig viel tor vor und dann habe ich den kano erblickt auf level 1 da hinten das wunderschöne stückchen und bei unser wir haben ja in der letzten folge hier die mauer gebaut aber uns ist aufgefallen toby was ist uns aufgefallen dass da oben rechts noch so ein überweg ist richtig wir haben kluger weise oder hinten ist darauf der ist gut weit weg wir sind so dumm du weißt wie viel fleisch ich auch hier fleisch haben wir genug im raptor ja ich hole narkotiks ich hole ja vielleicht sollten wir ein stegokin oder so damit für primate kriegen weißt du und den obwohl das ist ein level 1 wie der wird nicht der kriegt keine level dazu selbst wenn wir den mit primate füttern kannst du mir ein bisschen fleisch abgeben jo prima 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 dankeschön ja dann lass uns direkt nach ja aber 47 narkotiks die sollten für was reichen ja den kano würde ich ursprünglich holzfarm habe ich aber auch schon mal gesagt okay der kano ist dann level 1 aber dann haben wir zwei kano und das ist schon mal richtig fett und der raptor könnte noch wenn wir glück kommen auf level 10 kommen ne auf 10 nicht dann wird er mehr als 100 prozent dazu bekommt ich bin nicht so schnell ich hab über viel fleisch da wird er mehr als 100 prozent dazu bekommen ja der ist level 4 ah ja ich habe richtig gezittert als er hochgekommen ist ich bin nur weggesprungen habe mich im flug nochmal umgedreht und den getroffen ich weiß jetzt gar nicht ob ich den erwischt habe oder du ich habe auch noch mal geschossen vielleicht waren es wir beide so gleichzeitig in dem moment wo ist der rexen ist egal wir holen uns den kano ja ja auf jeden der rest ist egal wir verteidigen ihn mit unserem leben und sie liegen halt auch einfach perfekter einer liegt oben und der andere liegt unten aber direkt an einer stelle was ziemlich nice ist so einmal kurz überprüfen hier du so ja dem raptor kannst direkt was rein drücken ja der wird der wird schnell gezähmt sein ich habe ihm noch mal zwei nokodex reingehauen so na ach warum denn tobi der ist schnell gezähmt nein nicht egal diese ja okay nicht egal drücken wir jetzt einfach hier das beef rein siehst du da ist er schon mal direkt fortgeschritten so kano wie viel oh gott wie kommt man denn da jetzt hoch nach alles kann man muss von hinten drauf schwimmen glaube ich ja der raptor der ist fast fertig der kriegt nur ein level dazu man ja obwohl wie viel prozent ist die manchmal kommt von unten fast 90 nice man kommt man kommt von unten an den kano dran ja top man kann auch hier hoch laufen ja ich weiß aber kam ich gar nicht dann will noch kein fleisch rein bei ähm 1500 die raptor schlubbi achso ne dein green macht das schon ja ich hab zwar nichts mitbekommen aber ich habe nur auf einmal schreie gehört von so einem raptor halt vielleicht sollte einer so auf dem raptor bleiben und ein bisschen aufpassen weil ja okay das ist ja ein bisschen gefährlich ich laufe mal streife hier guck mal ob hier irgendwas gefährliches ist oh fackel oh lol wie schnell war das denn jetzt auf einmal gamma 2 und gamma 2 macht keinen unterschied benutzt du jetzt echt gamma ne gamma 2 ist normal ja ähm ich habe keine fackel deswegen ja ne ich nehme gamma 3 ist relativ gut ja der raptor ist so gut wie fertig der hat wahrscheinlich gerade noch mal von dem battle ein bisschen schaden bekommen deswegen ist die timing effizienz noch mal runtergegangen ne die war auf 87 aber das timing ist runtergegangen wovor rennt der das fieder weg das ist kein gutes zeichen ich guck mal kurz nach ok erstmal kacken sehr gut er ist auf 87 800 erst jaja welches level ist der ankehle denn hier level 11 ja gut den braucht keiner ich hol mir schon mal wieder stein nachschub ähm das ist ne gute idee sowas fliegt da hinten an petra nur dann ok na denk dran die wird cold ne mir im moment noch nicht du nur im wasser ist hier wahrscheinlich cold so ich hab 37 oder hinten ist noch ein raptor und ähm geh mal auf geh mal auf jeden stein ich logge den hin ja warte ich muss den noch noch passiv stellen ja halt ich kann ihn ableveln ich meine wenn wir jetzt schon einmal dabei sind endlich oh guck mal hier kommt man gut hoch tobi wo ich bin ja ich komme achte wie nennen wir dich ist erst mal egal ich logge jetzt erst mal den anderen und komm her ja warte warte nein ich mache es alleine äh tom du weißt schon dass der noch nicht richtig eingestellt ist so ja kommt der mal kommt der mal hallo okay moment moment im alten tobi stelle ich doch mal irgendwo drauf lass es doch erstmal scheißegal sein du musst ja nur dass er nicht dein target angreift ja ich hoffe wandert jetzt auch nicht rum so ich bin gleich da ja ich hoffe der kommt hier nicht hoch aber wird ja nicht bestimmt nicht so ist es noch ein ich lock ihn am wasser vorbei lockt ich ihn wenn du den am strand vorbei okay er kommt hier stand vorbei okay moment da muss ich noch mal eine runde drehen ja ja ich glaube dass du level 1 sollen wir töten ne wo ist ja hier hinter mir rennt hoch okay ich töte ihn renn weg renn weg ne der macht kaum schaden lass lass ja nein den töte der ist level 1 tobi ja okay dann töte ihn mal bitte du hast mich geschlagen aua an musst du gut auf der anderen seite habe ich jedoch noch einen raptor gesehen den guck ich mir auch mal an ah ne der ist zu weit weg gerade da habe ich keinen bock hin zu rennen oder der rex ist dahinten okay wenn er gleich kommt dann muss ich dem weg locken alles für den kano ne okay der ist wieder auf einer flussseite alter der bronte ist wütend auf den rex rennt ihm einfach hinterher so er heißt jetzt der will dann nennen der debbel so boah juni das ja soll ich gerne ist jetzt auf 1800 lass dir mal fleisch geben nein dann lass noch nicht doch nein tobi das dauert uns viel länger ja das dauert auch so lange weil wir auf den warten müssen ja eigentlich macht's keine ach doch ich weiß was ich war auch ich kenne trick wie man schnell aushungern lassen kann wobei das bei dem eigentlich glaube ich eh nichts bringt weil die timing effizienz ist ja egal also drückt dem fleisch rein ja sag doch mal bitte wie das geht mit stim berries mit was dann verliert mit stim berries mit dem weißen dann verliert der hunger aber dafür verliert er auch dann torpor deswegen aber das ist gut zu wissen ja ich habe eh keine dabei also pack ihn die mal rein das fleisch und bei dem ist ja egal weil das der einzige krieg sowieso keine level dazu ja egal ob wir haben noch einen zweiten kano sieht toll aus und das ist diesmal keine bloody mary das heißt er kann chili konkano heißen oh er legt gut er legt gut los aber ist auch nur level 1 im gegensatz er kriegt doch plus null ja ja klar deswegen okay den können wir jetzt äh blutiger brontor ich ich pass auf äh hallo blutiger brontor du meinst nur devil und den anderen da ja ne aber der ist noch weit weit weg blutet der rex schon ich guck mal nach ne tut er nicht äh tom ah ne das flugzeug tut er einfach nicht tut er nicht aber wir könnten den hier guck mal auf so einem großen stein wie wir da oben auf welchem nein tobi da kam der kano dran und der rex ist äh der rex hat er gerade den ronto gefressen das ist kein problem für den der einzige ich leere schon mal mein inventar aus ein bisschen vom raptor pack ich mir alles in den Kano das fleisch weil äh falls ich den gleich weg locken muss muss ich echt schnell sein öh kann ich jetzt hier absteigen und mal ah perfekt so fleisch, 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 fleisch fleisch hier Kano nehmen schon mal wieder ein fleischlager sehr gut wenn wir den alleine machen wird das keinen unterschied machen oder was wird keinen unterschied machen der wird ja weiter gezähmt werden oder für den ist doch gesorgt oder ähm ich denke ja ja ich drücke dem nochmal narkotik ein bisschen rein oh äh der rex kommt auf unsere flussseite aber ein bisschen weiter weg jeder kriegt nochmal ein bisschen man muss halt man muss halt nur auf ja übertreibt nicht ne der darf nicht äh über sonst wäre es Verschwendung so ich lass devil dann auch hier ne wo willst du hin warum achso ja stimmt der ist auch schon nervig so ja das ist halt aber irgendwie auch gefährlich die hier zu lassen weil hier ist offenes Feld und hier sind viele fleischfresser äh oh und der rex äh ich setz ihn auf follow aber passiv dann kann er nein 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 wir bleiben hier ja wer followt mir achso ja ja das ist okay oh gott der rex ist direkt hier ja hier ist doch nur noch ein brachio der den ablenkt soll ich den rex weglocken wo ist der ähm direkt hinter dem Felsen ja das Problem ist du darfst auch nicht zu weit von mir weg ähm das stimmt sonst ah ne er geht wieder auf die andere ja er ist auf der anderen Flussseite wieder wow hat er das auseinander genommen ey und das witzige ist Leute da hinten war gerade noch einer ja wir nehmen ja auf ja oh nein achso oh okay was macht er ich weiß aber es ist auch echt nicht viel auf der einen Seite ist es ein Alpharaptor auf der anderen sind zwei rex was sollen wir denn machen okay der rex geht weg gut damit hätte sich das geklärt ähm Kano wie geht's dir denn na ich hab keine Lust durchs Wasser zu schwimmen wieder hm dem geht's ganz gut ja ja bei wie viel ist er ein Drittel ja okay warte da hinten komm mal mit was denn wo bist du war das ja Skill gewesen so auf die aufzuspringen wohin denn äh warte nicht folg mir mal du willst nicht diese dieses Reit hier da hinten zähmen ne nicht den Peter ah mal schauen die sind voll irgendwas weggerannt ähm und wenn nicht dann lass ich halt äh lass mal das linke Vieh ja das linke Vieh will ich töten wegen dem Pelz ja warte dann lass der will das machen ja gut aber ich muss halt auch leveln ne mit meinem mein hat auch noch nichts an Leben 350 aber da das ist wahrscheinlich Tobi ne lass mich das lieber machen weil das so schnell wegrennt ja okay dann nehm ich hier den ja ja den kannst du nehmen boah lol alter krieg ich es ne Kombo ja hä wo ist es Drecksvieh ach da mein Drecksvieh oh oh ich wollte ihn nicht kennen ich wollte ihm eigentlich meinen 5er überlassen dann danke ich dem Patchy Leute jetzt hab ich ein Standbild okay es ist wieder Patchy Level 2 wenn ich helfen soll ist auch bescheuert nein nein das war meiner einmal okay der Kano liegt da noch immer ungestürzt sehr gut ähm ich muss noch wieder Gamma 2 so guck mal hier ein kleiner Dodo ja wie schnell du bist ja Level 18 ah ja scheiße du musst ja auch noch mich tragen dann lade ich richtig viel nochmal um damit ist gar nicht so klar dass er mich ja auch noch trägt hier ist wohl das Männchen ja jetzt hast du keinen Partner mehr dann kann ich dich eh umbringen so ich hab ne Idee wo wir mal hin könnten Tobi wo wir noch nie waren glaube ich ah ok springen sie auf aha los geht's äh du weißt dass da in die Rex gegangen sind ähm nein halt ich finde gut die Ideas nicht zu furzen so die sind ein Stückchen weggegangen so warte einmal gucken ob Mr. Rex hier irgendwo ist nein Mr. Rex ist nicht in Sicht das heißt hier mal nach rechts weißt du oh hi ok ich muss einmal das Terminal aufladen der willst du wirklich den Dingen zu lange alleine lassen ja der ist so gut wie fertig guck mal der will sieht mega geil aus oder hier guck dir den ja ich finde auch der sieht nice aus nur ähm das hätte anstatt grün rot sein müssen oder so dann wäre der richtig OP äh ist das grün ich seh das gar nicht ja also diese nein diese Kammfedern meine ich ja du musst aha diese diese Federn sag ich mal ah der sieht mega geil aus ja so sieht der nur ein bisschen schimmlig aus an den Federn äh äh der ist natürlich auch mate boosted äh hier rechts soll einer lassen den ja ja das schafft er hier rechts rein der kann sich gut verteidigen wenn er bewusst ist oh Raptor ok Devil mach mal ja einfach nicht essen das sind mir die liebsten oh jetzt noch einer ähm was kämpft da hinten kämpft da noch ein Kano guck mal gerade aus ich glaube da ist noch ein Kano ja Tobi das ist noch ein Kano das ist noch ein Kano warte warte ich brauche Stamina wo denn ja komm hier auf dem Felsen guck mal hier ist ein perfekter Felsen ich brauche Stamina ja du kannst ja wohl hier auf dem Felsen das ist ja das ist ja so und was willst du von mir ähm du kommst hier drauf mit deinem oder deinem Raptor stell unten ab halt ja ich stell die unten hin und mach einfach auf Passiv und äh ich hole den nächsten Kano soll ich die auf Neutral oder auf Passiv ähm auf Passiv ich bin ja gleich da äh Level up jo dann verschwinden sie mal ok mach ich scheiße ich hab gar keine Steine stopp ok soll ich dir welche droppen nein nein warte ich muss die nur rausholen so jetzt hab ich ah wie viele 37 na gut das sollte reichen und ich bin ja gleich auch noch da ja da hinten kämpft er auch wenn es ein Rex ist lockt den nachher ja ein Rex ist ein Kano ist ein Kano na gut dann hol den nachher komm Kano Kano oh Kano kommt ja schon bisschen hier zur Schlucht kommen und dann kannst du hinten auch hoch ne ja ja hatte ich noch ok geh hinter die Schlucht ich glaub ich kann sogar jawoll ich konnte hier hoch weil ich springen konnte nice nicht nice äh lässt du mal ja wir gehen noch mit äh schleudern drauf oder Tobi Tobi ich bin so gut wie tot du musst du musst du musst mir helfen ich kann nicht hä Tobi du musst ihn doch hoch ich geh mit nein warum schießt du ihn denn nicht ab ja man ist Level 10 und es leckt alter der macht Green auch platt Angelina ist auch jeden Moment down was passiert äh ich habe ihn aber warte gib mir zwei Sekunden oh nein wie konnte das passieren oh damn it Tobi irgendwas wird angegriffen oder so ne ja ja ich muss den Raptor mal was erledigen lassen bin poisoned ähm schnapp dich schnell meine Sachen okay nie wieder auf neutral stellen nur so als Tipp ja naja ich dachte der Stein wäre richtig easy da ey warte ich muss dich looten ich muss dich looten ja beeil dich bist du weit äh warte hier ist gerade ein Fight ich sehe noch nichts aber ich habe ein Level Up ja dann äh warte soll ich die auf auf was stelle ich die denn auf Attack Tier Target oder äh einfach auf Follow mach Follow bei beiden ein dann kommen wir uns da schnell entgegen ja meine ich doch hm das war nicht so gut bist du weit ja okay blub Hallöchen Hallo zu Hause ja äh ist nur ein kurzer Aufenthalt ja Tauben ich wollte dir eigentlich noch was droppen ach ja stimmt das vergaß ich schon dann droppe mal Alter was du alles für einen Müll dabei hast das ist unglaublich ich hatte gar nicht viel Müll dabei nein nein nur ein bisschen Scheiße und alles ja die Scheiße die wollte ich eben ja eigentlich da rein tun jetzt habe ich jetzt nicht auf es sei denn der Raptor ist weit genug weg wo ist denn der ah der ist ganz am anderen Wooden Wall dann packe ich Wooden Walls hatte ich dabei oh ich hatte eine Wooden Wall dabei und ich gebe dir nochmal die Hälfte der Steine so ach man so ein Level so ein Level 10 kann uns wäre wieder episch gewesen vor allem sah der richtig geil aus fand ich ja was ist überhaupt passiert ich der ist halt ähm an der Seite hochgelaufen der man muss halt bedenken dass der größer ist als ein Raptor und auch ein bisschen längere Beinlänge hat ähm kann man ja schon mal vergessen so Fiber muss ich mal eben meine Rüstung reparieren hier ich muss mir auch gerade Fiber holen wollen wir dann doch lieber Holz fahren ähm ja wir müssen erstmal unseren Kanon und unseren Raptoren abholen äh auf was wollen wir bei Sticks gehen auf Health ähm ja und danach auf Weight ja dann hat er jetzt fast 1100 sehr gut na Rainer sollte aber ein bisschen Fiber haben auch nicht nice wenn er von die ganzen Wehren komm schon irgendeiner von euch kann doch keine was denn bist du kacken ich dachte nein eigentlich an Ubleveln damit wir mehr ertragen können aber so jetzt auch 200 und so dann packe ich mal eben die Kacke wieder ins Beet hier haben wir übrigens Narcobers gepflanzt liebe Leute und wir haben die Leitung hier hochgelegt damit wir nicht immer am Alpha Raptor vorbei müssen äh ich find gar keinen Fiber im Moment das macht mehr Angst Torben ähm ist in der Kiste noch was also in der Kiste ist noch was so bin ich das weiß ich äh so aber Tobi wir sollten jetzt vielleicht erstmal los ja was genau hast du jetzt vor zu tun ja unsere Dinos abholen ja willst du jetzt Holz fahren oder vor allem will ich erstmal unsere Dinos abholen ja gut aber wir können dann ja schon mal hier mit äh Zeugs losgehen meinst du ja klar wenn wir dann einmal unterwegs sind na gut das stimmt so dann ähm wen willst du dich schnappen na wen willst du das ist mir geil ja gut dann nehme ich den Peter und reit schon mal vor ah ne kann ich ja gar nicht ach man das ist nervig äh ah dann hau rein Tobi ich will die eben abholen ja entschuldigung dass du da verreckt bist ja wow oh ich hab übrigens noch einen Sperr von dir ne ah ja wir können du kannst auch auch schon Metallwerkzeuge machen oder ja ne ich brauch Steine dafür ja aber du kannst sie schon lernen oder äh ich glaube mittlerweile ja nice weil dann können haben wir auch endlich eine bessere Nahkampfwaffe echt was gibt's denn ja ja so Metallspeer sag ich mal so los geht's ok die haben auch wenig geladen ich nehme den Kano mit ja oh Gott so ach ja nimmst du jetzt eigentlich auf oder ja ja ich nehme die ganze Zeit auf natürlich natürlich so Bloody Mary folge mir oh man kann den äh Wassersack im Regen auffallen ja ich weiß ja ich weiß ne Tom ja ich weiß ohne ihn dafür in die Hand zu nehmen läufst du so bist schneller ja ich eigentlich auch was geht's was geht's hast du Peter nicht ausgeleert Peter folgt nicht nee der ist voll wie sonst was deswegen hab ich meine ausgeleert ja ich muss da halt andere Sachen machen ne nämlich scheiße ins Beet packen you faggot da geschickt Bloody Mary ist gerade so jemand hier vorbeigezogen äh nee ich bin doch hier äh ich meine hier die Frage die ich mir stelle ist wo ist Peter äh hier ist Angelina Tom ach guck mal hallöchen du hast schon mal den Weg nach Hause gefunden greeny nice und da kommt noch einer bam okay jetzt müssen wir nur noch unser Kano abholen alter das ist echt nice dass die über so ne Distanz uns finden ne da sind ein paar Stegos die wir rein theoretisch auch holen könnten noch ähm ja wir bräuchten vielleicht noch einen weißt du was Tücks ist ein Mail ne unser Kano liegt da noch sehr gut Glück gehabt so ähm ich check den kurz aus Tobi ist da noch ein Kano auf der anderen Flussseite ja da ist noch ein Kano der da liegt nein guck mal der kämpft siehst du da hinten geradeaus tue ich ja warte wollen wir die Dinos hier abstellen äh ja mach das achso die folgen wir natürlich noch die folgen auch noch ein paar ja ja das hab ich vergessen so kommt her Kano bleib wow chill so und du machst auch dasselbe der Tag du noch mein Target ja deswegen neutral so okay ähm ich kontrolliere eben einmal unseren alten der andere Kano ist eh gerade ein Stückchen weg oh man alter das wären drei Kano einfach gewesen das wäre absoluter Wahnsinn aber zwei wären auch schon geil muss man sagen vor allem wenn er dann ein High Level ist und dann so 400 Millionen Level dazu bekommt dann müssten wir die Stegos aber töten einfach aus Prime Meat gründen goddammit warum komm ich denn jetzt hier nicht hoch oh Gott sei Dank sind wir hier weil der ist nicht mehr lange betäubt und die Stegos sind Level 23 und Mate boosted nice alter können wir gleich auch ausschalten ähm ja der Kano ist jetzt bei circa keine Ahnung was so gut wie fertig halt dann hau ich dich Torben was ist da ach du Scheiße Torben diesmal müssen wir uns für den der Kano ist da hinten schon das wenn wir jetzt einen guten Stein finden guck mal kann man hier drauf komm bitte sag mir dass man hier drauf kann ja man kann hier drauf guck mal wo ich bin ja hier kommt der kommt der hier hoch ach als ob was denkst du ja der ist ein bisschen weit weg ne ich lock ihn auf ja ja okay ne hier kommt der doch nicht hoch oder ich hab ein bisschen Angst vor der Stelle aber ja du guck nochmal ob das wirklich sicher ist ich hole schon mal Greeny ich ich diese eine Stelle die verunsehbar ich guck mal du musst entscheiden zur Not greife ich dann mit Greeny ein ähm aber ich glaube eigentlich das ist relativ unwahrscheinlich dass der das schafft ja äh Tobi Lokima ich denke das wird schon funktionieren ich hab ne Idee ich treib ein Parasaurier vor mir her oh gute Idee was bringt dir diese Idee weiß ich nicht alles klar okay ah jetzt komm ich grad nicht hoch hier komm alter guck dir den Brontorn wie geil der aussieht mit dem roten und der Stego daneben äh so äh wo ist der denn nochmal ähm der schwimmt gerade im See der rennt du musst hin okay er dreht um wo bist du denn schon ach da ja renn mal noch ein bisschen weiter geradeaus wo ist der denn an den Brontus vorbei noch links 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 am Wasser irgendwo jetzt da rechts rechts ja da lang da müsst ihr jetzt nein nicht durchs Wasser rechts Tobi am Land bei den Brontus ja da ist er der hatte ich hinter dir aus dem Wasser aus dem Wasser Tobi oh weißt du schon welches Level der ist hast du das gesehen ich kann mal kurz anhalten und gucken na na renn weiter warte der ist langsamer als ich aua aber der gibt mir ordentlich ja komm jetzt das ist Level 7 glaube ich oder das war keine Ahnung der kämpft erst gegen den Trike scheiße ja okay nein ist nicht schlimm soll ich ihm helfen ja ist glaube ich besser der nimmt es glaube ich gerade mit allen Pflanzenfressern in der Umgebung auf ich will nicht eingreifen da ist auch noch ein Brachio um ehrlich zu sein dann lass ihn dann lass ihn ja ist schon down alter ging das schnell wollen wir ich kann den Trike hier mal eben schnell plätten ach der ist schon down der Kano Tobi ja loi okay unser Level 1 der Kano ist fast fertig ähm dann lass uns Stego zähmen ja ich hab hier noch einen Trike hinter mir der ist ein bisschen wütend weil ich sein paar anderen gekillt hab nice welches Level hat denn der hier Level 23 hat der Stego ja da brauchen wir nur einen echt sicheren Platz ähm ja das ist der Stein da kommt ein Stego niemals hoch da bin ich mir sicher soll ich ihn mal soll ich ihn mal machen warte auf mich man hä das ist doch nicht schwer so ein Stego ja ich hab da noch ein Problem mit so einem Triceratops der hinter mir herrennt wo ich dich mal kurz gebrauchen könnte ja ich hab halt nichts hier ne wie sieht's denn bei dir aus lebensmäßig alter der Trike kommt doch immer hinterher ok fuck warum tötest ihn nicht weil ich kein Stamina ach so ja Moment dann na warte wo bist du denn den sollte ich sogar mit der den kannst du betäuben ach da ist er nein ich schalte den jetzt mit der Hand aus er ist nur Level Piranhas 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 die Piranhas machen den Trike gerade ja 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 oh scheiße dann sollte ich schnell aus dem Fluss raus mit Greeny ja ja komm raus genau ok ich glaub der Trike hat die Piranhas aber der ist mit Level 1 den mach ich jetzt mit der Hand kaputt ich zeig's dir der ist hinter dir her ich mach ihn oh richtig er macht ja Flächenschaden so ich regenerier kurz da und dann komm ich wieder ohne Greeny warte bin mit 2 Sekunden Level 1 das ist er nicht Stegolein achte darauf falls die Maid boosted sind ne sind sie nicht achso welches Level wer ist denn der äh was ist denn der hier Female und Stygs ist Male ne ja nice nice dann legen die nämlich Eier und Stegoeier sind irgendwo für wichtig oder hinten ist ein Rex ein Rexi oh you have tamed a Kano ah nice so wie sollte der heißen ähm Chili con Kano bitte mit Chili mit I Chili mit I so nice da ist der Chili con Kano Leute ähm packst du ihn eben auch auf die andere Uferseite dann mach ich schon mal den Stego nein du wartest auf mich ich möchte dabei sein ja ich der braucht ja ein bisschen ich loge ihn nur schon mal hier hin der ist ja nicht der schnellste Kano wird schon direkt angegriffen wer wird angegriffen ach von Piranhas ja so viel Leben hat er noch nicht das darf man nicht unterschätzen oh Junge Alter das Vieh ist riesig aber wird nur 420 ja aber der levelt ja jetzt noch schnell lol er rennt weg warum rennt er weg weiß er nicht Stego bist du aggressiv ah ne enable wandering to mate sei nicht aggressiv äh sind die male boosted ne leider nicht oh das das wäre das absolute Highlight Stego ich hab dich von hier aus getroffen danke ich wollte auch schon sagen dass wir jetzt nicht angst oh jetzt kommen zwei Stegos an wie gesagt achte drauf ob die mate boosted nein die sind nicht mate boosted aber der kommt trotzdem an na das ist dann wieder asozial das ist echt asozial what the fuck äh Tom ich kann dir ganz schlecht helfen im moment das ist dir bewusst soll ich Dinos holen ähm ne ich muss die in Tencent geratig out of range probier in den Fluss zu kommen oder so die machen Schaden wie sonst was Tobi ich hab kaum Leben noch ja probier die einfach abzuschießen ich bin hinter denen ja ich muss hier hochklettern ja Junge wir können die noch immer betäuben ja ich muss hier trotzdem hochklettern der Stachel von denen hat so ne range oh nochmal vom Stein gefallen oh meine Schleuder ist kaputt was soll das denn jetzt was sind das denn hier alles für Zufälle Tobi ähm was machst du gerade ich probier von dem anderen zu fliehen ich hab den gegen oh ja meiner ist jetzt weg ähm ich versuche meine Steuer zu reparieren dann helfe ich dir wieder äh ne die kommen jetzt glaube ich beide zu nein der eine ist noch bei mir wow ich hab ihn glaube ich ja ich meine noch nicht und das ist gerade ganz mies weil ich kein Stamm da ist nur Level 1 aber egal ja hier ist der oh nein fuck nein ich hab keinen Stamm mehr Tobi ich werde sterben okay ich hab meinen nein Tobi ich werde sterben ja du bist 200 Meter von mir entfernt ich kann die Dinos nicht wollen hä lol er ist weg von mir dann probier wieder in meine Richtung zu kommen boah scheiße ist das was ist das für eine Folge ey ich raste aus ich kann nicht mehr das ist zu viel für mich gerade ähm der ist im Wasser guck mal den müssen wir uns holen also ist kein Problem ja ich hol mir gerade den Trize noch warum den Trize die Leiche meine ich ach so ah da bist du oh er wurde zersetzt so oh crap ähm hast du mal was zu essen für mich damit ich ein bisschen ne ich hab nichts mehr deswegen dammit da muss ich gleich mal zum dammit edit 9 wood warum edit 9 wood zum D zum D den noch guck mal der ist auf der anderen Flussseite der Stego den wir zählen müssen ja ich brauch Stein da musst du warten ja ich brauch Schleuder äh da hier ich hab irgendwo ich kann dir 18 ich kann dir 18 Stein droppen hier hier ja die halten aber ordentlich was aus ne ich hab mit meinem richtig nein 18 Stein reicht ich hab in denen ja auch schon was reingepumpt viel ja du bist dehydriert hier hast du Wasser alter verarschen kann ich mir alleine ne da hab ich aber gar keinen Bock mehr drauf mach mir einfach hier müsste irgendwo ein Stego liegen ach hier ja Tobi lass den Stego doch Stego sein du willst doch kein Level 1 er Stego 10 der ist Level 11 sorry nevermind wollen wir ähm egal jetzt lass erstmal den anderen hier machen der ist ja lange wir müssen ihn eh aushungern lassen damit er gute Leben dazu bekommt ja der hat genug Food ok komm hier komm zu oh kacke ich starver ja ich auch aber ne warte ich ess erst ach Tobi der Torpor hält nicht ewig von dem der hat noch ordentlich Bloody Mary du hast doch bestimmt noch Bären ist keine Major Berries bitte nein nein du kennst mich doch ja deswegen na klar kann man ja so also dann drück ihm doch mal den ein oder anderen Stein rein Tobi ja von Boden ja einfach äh sollen wir vor dem Weg rennen oder nö ist langweilig dann dann gehen wir auf irgendeinen Stein ich beobachte das aus der Distanz nein ja ich hab keine Schleuder mehr ich müsste gucken was für was für Mineralien was für Materialien bräuchten da Wood und Heid ok das lässt sich auch engagieren mal gucken mal ein Raptor mach ich Heid ist da aber was ist mit Wood ich brauch ein oder zwei oder drei oder vier Wood komm ein Wood hab ich reicht das ne das ist die das ist die ha ich bin oben oh ich brauch drei Wood ja mach das komm äh drei du hast kein Wood mehr Styx hast du noch Wood nein hast du nicht äh Tom er geht auf dich oder er rennt weg er rennt weg was ist das für eine feige Sau ich renne ihm nach rennt er echt weg nicht im Wasser betäuben ne Tobi was tust du ja was soll ich mit ihm machen ja äh hinterher rennen ja der wird ja kommst du mit oder nicht ja ich mach mir eben meine meine Schleuder ja weil meine ist auch bei Kaputab ich könnte die auch noch brauche noch ein Holz so jetzt bin ich jetzt bin ich ready also ich hab noch keine Steine äh er dreht um er dreht um er dreht um schwimmt zurück schwimmt zurück nevermind Hilfe warum sagst du immer nevermind so ok ich hab vier Steine die weil ich ihn jetzt schonmal rein jetzt ich hab ihn noch nicht getetet der ist im Wasser genau ok wir müssen abwechselnd schießen Tobi hab ihn ok juckt ihn gar nicht dass ich ihn abschieße ne ich schieße ihn auch oh das ist sehr schlecht mein Schleuderspot ja ich ähm hallo Parasau ich versuche ihm zu geben ich hab keine Steine mehr dann renn und hol äh hol dir neue mach ich gerade oh er greift mich an au ich hab ihn nice alter man macht der aber auch ein Theater ey ja 23 so sehr gut ok aushungern lassen das ist wichtig bei dem weil der kriegt richtig viele Leben dazu sollen wir mal ein bisschen unseren Kano leveln also mit den beiden Kanus ziehen ähm erst mal würde ich sagen Tobi beenden wir die Folge weil wir nehmen schon lange auf Leute ich hoffe es hat euch gefallen wir haben immerhin was erreicht ich bin zwar einmal geschaut möchtest du daraus eigentlich zwei Fragen machen oder ich guck wie ich das schneide also ich hoffe es hat euch gefallen lasst ein Like da wenn es das tat und abonniert um nichts zu verpassen wir sehen uns dann morgen wieder bis dahin haut herein und tschüss ciao ciao tschüss 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 tschüss